Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie, wie man die Wasserdurchflussmenge an der Fußtaste einstellt. Schrauben Sie den oberen Schutz der Fußtaste ab. Drehen Sie die Einstellmutter auf den für Sie passenden Wasserdurchfluss nun ein. Je tiefer Sie den Taster anschließend drücken können, desto länger läuft Wasser hindurch, nach Betätigung der Fußtaste.